Im Rahmen der Integralrechnung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man die Mittelwerte von Funktionen berechnen kann. Für den Anfang werden wir versuchen nachzuvollziehen, wieso bei der Berechnung des Mittelwertes die Integralrechnung benötigt wird. Und das werde ich jetzt anhand eines einfachen Beispiels erklären. Also, gehen wir vereinfacht davon aus, wir haben hier ein Koordinatensystem, wobei die x-Achse in diesem Fall eine Zeitachse in Stunden ist, und zwar von 0 bis 24 Stunden, also ein ganzes Tagesablauf. Die blauen Balken, die ihr da seht, geben die einzelnen Temperaturwerte zu dieser Uhrzeiten in Grad Celsius an. Die y-Achse wird in Grad Celsius angegeben und zur Orientierung habe ich jetzt noch an dieser y-Achse die 10 Grad und die 20 Grad Celsius eingetragen. Und anhand dieser Abbildung wollen wir jetzt die mittlere Temperatur zwischen 12 und 24 Uhr ausrechnen. Also, an unserer Abbildung bedeutet das, die Grenzen sind 12 und 24 Uhr. Und zwischen diesen zwei Grenzen haben wir noch drei weitere Temperaturwerte, die wir für diese Berechnung benötigen könnten. Diese Temperaturwerte könnte man dann für jede Uhrzeit hier entsprechend an der y-Achse grob ablesen. Also, für 12 Uhr und 24 Uhr haben wir ungefähr 10 Grad Celsius. Bei 18 und 21 Uhr könnten wir sagen, haben wir ungefähr 18 Grad Celsius. Und bei 18 Uhr haben wir dann entsprechend 20 Grad Celsius. Um die mittlere Temperatur jetzt auszurechnen, könnte man sozusagen das sogenannte arithmetische Mittel anwenden. Also, wir zählen alle diese Temperaturwerte zusammen und teilen durch die Anzahl, also durch 5. Wenn ihr das alles in den Taschenrechner eintippt, dann kommt raus eine Mitteltemperatur von 15,2 Grad Celsius. Und die können wir grob auch hier in unserem Koordinatensystem veranschaulichen. Das wäre ungefähr wie mit der roten Linie dort angedeutet. Die Rechnung, die ich gerade gezeigt habe, um die Mitteltemperatur auszurechnen, kennt eigentlich jeder von euch schon seit langem. Allerdings, die Frage, die sich hier an dieser Stelle stellt, ist, ob diese Mitteltemperatur auch wirklich genau genug ist für eine mathematische Betrachtung. Naja, die Antwort ist nein. Der Grund dafür ist allerdings ganz einfach. Wenn wir jetzt nochmal das Ganze auf der rechten Seite betrachten, dann können wir diese Temperaturwerte eigentlich durch eine Funktion annähern. So wie hier mit grün dargestellt. Und es macht durchaus Sinn, sowas zu machen, weil diese Funktion die Tagestemperatur deutlich realistischer modelliert. Damit meine ich, wenn wir erneut diesen Bereich zwischen 12 und 24 Uhr betrachten und dafür wieder die mittelten Temperatur zwischen 12 und 24 Uhr berechnen wollen, dann merken wir, dass unsere Temperaturangaben von vorher ziemlich lückenhaft waren. Wir hatten nur alle drei Stunden einzelne Temperaturwerte und daraus haben wir einen Durchschnitt berechnet. Aber in Wirklichkeit gibt es hier zwischen dieser Zeitpunkte unendlich viele Temperaturwerte, nicht nur zu dieser Zeitpunkte. Und wenn es unendlich viele Temperaturwerte gibt, bedeutet das indirekt, dass die Fläche hier zwischen Kurve und x-Achse benötigt wird. Also diese Fläche würde dann diese unendlich viele Temperaturwerte ausrechnen. Und die Fläche zwischen einer Kurve und x-Achse kann man natürlich mithilfe des Integrals berechnen. Und auf diese Art und Weise kommt jetzt das Integral ins Spiel. Also, ich habe es sicher auch hier unten eingeblendet. Integral von 12 bis 24, f von t dt. Allerdings, der Mittelwert ist das noch nicht. Das ist nur die Fläche. Kurz gesagt, wir müssen dieser Fläche mitteln. Und vereinfacht könnt ihr euch das Ganze so vorstellen. Man setzt einfach vor dem Integral 1 durch obere Grenze minus untere Grenze. Also in diesem Fall wäre das 1 durch 24 minus 12. Dadurch glättet man diese Fläche. Und wenn wir uns jetzt hier in unserer Abbildung unser Mittelwert vorstellen wollen, dann wäre der ungefähr hier. Wie mit der roten Linie dargestellt. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle, welche grafische Bedeutung der Mittelwert hat in Bezug auf diese Fläche, sehen wir gleich anhand der ersten anwendungsorientierten Aufgabe. Und bevor wir gleich zu der Beispielaufgabe gehen, sehen wir hier nochmal die allgemeine Formel. Formel, die ihr auf diese Art und Weise in jeder gänglichen Merkhilfe bzw. Formelsammlung findet. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Diese Aufgabe beinhaltet drei Teilaufgaben. Und jede Teilaufgabe hat das Ziel, euch die Bedeutung des Mittelwerts aus einem anderen Blinkwinkel zu zeigen. Also genauso, wie es für Klausuren bzw. Abiturprüfung braucht. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Also die Geschwindigkeit eines Autos für die ersten 10 Sekunden ist gegeben durch die Funktion v von t, wobei t die Zeit in Sekunden und v von t die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde ist. Teilaufgabe a. Skizziere den Graphen von v von t und bestimme näherungsweise die mittlere Geschwindigkeit v' für die ersten 10 Sekunden. Wie ihr klar und deutlich erkennt, geht es hier bei dieser ersten Teilaufgabe um die grafische Bedeutung des Mittelwerts. Die Aufgabenstellung möchte von uns eine Skizze haben. An dieser Stelle, egal ob ihr ein CAS oder ein WTR habt, es ist kein Problem, diese Funktion in eine Wertetabelle einzutippen, ein paar Werte in ein Koordinatensystem einzutragen. Das gleiche habe ich jetzt auch grob gemacht. Also hier ist unser Koordinatensystem. Hier sind grob ein paar Werte auf der x-Achse oder auf der Zeitachse t. Und die Kurve würde dann grob so aussehen. Also das ist die Geschwindigkeitskurve. Und zur Orientierung habe ich auch noch ein paar Werte an der y-Achse eingetragen. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, in diesem Bereich von 0 bis 10 Sekunden einen passenden Wert für den Mittelwert zu finden. Ich werde ihn jetzt hier wählen, aber auch wenn es so aussieht, als wäre das jetzt willkürlich gewählt, ist das nicht der Fall. Diese rote Linie kann man nicht so nach Belieben zeichnen, sondern sie hat eine ganz gewisse Bedeutung. Und das ist dann auch die grafische Bedeutung des Mittelwerts. Die Fläche, die der Mittelwert mit der Kurve in diesem Bereich hier einschließt, muss grob gesehen gleich groß sein mit der Fläche, das Mittelwert mit der Kurve in diesem Bereich einschließt. Also nur wenn die zwei Flächen hier gleich groß sind, dann können wir behaupten, dass diese rote Linie hier der Mittelwert wäre. Und ja, man muss ein bisschen halt mit dem Geodreieck durchprobieren, bis man halt ungefähr gleich große Flächen hat. Das habe ich jetzt auch gemacht natürlich, bevor ich diese Linie eingetragen habe. Und schätzungsweise könnten wir behaupten, unser Mittelwert wäre dann entweder 17 oder 18. Also ich trage jetzt 18 ein. Es muss auch nicht perfekt sein, deshalb sagt die Aufgabenstellung zu uns auch näherungsweise. Also das reicht bei so einer grafischen Geschichte eindeutig aus. Und wie wir jetzt einen genauen Wert für diesen Mittelwert bestimmen, sehen wir natürlich gleich anhand der Teilaufgabe b. Hier heißt es, bestimme die Mittelgeschwindigkeit rechnerisch. Natürlich versteht sich in diesem Zeitbereich von 0 bis 10 Sekunden. Dafür brauchen wir natürlich die Formel, die wir bereits gesehen haben und die ich nochmal zur Erinnerung hier rechts einblende. Und ja, wir stellen ein Integral auf. Das heißt für uns, wir haben dann diese Durchschnittsgeschwindigkeit, V' ist gleich, dann 1 durch obere Grenze minus untere Grenze, heißt bei uns 10 minus 0. Und dann Integral von 0 bis 10 für unsere Funktion V von T dt. Natürlich brauchen wir, um dieses Integral hier hinten zu lösen, erst mal die Stammfunktion von V von T. Und die werde ich jetzt erst mal hier seitlich bilden. Also, wir übernehmen die Funktion von oben. V von T ist dann 50 Neuntel t minus 5 Achtzehntel t Quadrat. Und die Stammfunktion bezeichne ich jetzt als Groß V von T. Das heißt, in erster Reihe haben wir dann 50 Neuntel mal 1,5 t Quadrat. Die Zahlen können wir ja gleich zusammenfassen. Minus 5 Achtzehntel mal 1 Drittel t hoch 3. Hier kann man beim ersten Term noch ein bisschen was kürzen. Die 2 und die 50 kürzen sich mit 2. Bleibt hier oben 25. Das heißt, am Ende hätten wir dann 25 Neuntel t hoch 2. Und beim hinteren Term kann man leider nichts mehr kürzen. Deshalb zusammengefasst sind es dann minus 5 durch 54 t hoch 3. Da wir jetzt die Stammfunktion haben, können wir auch weitermachen mit unserer Integral. Also hier vorne zusammengefasst haben wir natürlich 1 Zehntel. Und jetzt wenden wir den sogenannten Hauptsatz der Differentialen Integralrechnung auf. Das bedeutet, die Stammfunktion wird in diesen eckigen Klammern hingeschrieben. Und wir werden dann die Grenzen gleich hier in dieser Stammfunktion einsetzen. Also die Grenzen stehen erstmal rechts an dieser Klammer. Ist gleich. Zuerst wird selbstverständlich die obere Grenze eingesetzt. Diese 1 Zehntel übernehme ich und setze das Ganze jetzt in eine große, runde Klammer. Entsprechend haben wir dann 25 Neuntel mal 10 hoch 2 minus 5 54 mal 10 hoch 3. Und eine gute Nachricht hier an dieser Stelle, wenn wir jetzt die 0 für t hier einsetzen, also die untere Grenze wird alles 0. Von daher können wir uns das auch ein bisschen sparen. Jetzt zusammenfassen. Auf der rechten Seite habe ich jetzt alles hier in den Taschenrechner eingetippt und hat er als Ergebnis ungefähr 185,2. Und wenn wir das jetzt mit 1 Zehntel verrechnen, sind das natürlich 18,52. Und das ist ja die mittlere Geschwindigkeit, deshalb die Einheit ist natürlich immer noch Meter pro Sekunde. Also, als Antwortsatz können wir sagen, die mittlere Geschwindigkeit in den ersten 10 Sekunden beträgt 18,52 Meter pro Sekunde. Nachdem wir jetzt in der ersten zwei Teilaufgaben die grafische und die rechnerische Bedeutung des Mittelwerts kennengelernt haben, will ich bei der letzten Teilaufgabe den Zusammenhang zwischen Mittelwert und einer anderen Größe erklären, das sehr oft bei den anwendungsorientierten Aufgaben auftritt. Und zwar, die Teilaufgabe C lautet jetzt, wie weit das Auto in diesen 10 Sekunden gefahren ist. Also, ihr seht oder ihr erkennt, hier geht es gar nicht mehr direkt um die Geschwindigkeit, sondern um die Strecke oder um den Weg, das Auto hinter sich bringt in dieser 10 Sekunden. Bevor ich jetzt die sehr kurze und einfache Rechnung zeige, will ich allerdings trotzdem erstmal klären, welchen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Weg gibt. Und das können wir uns am besten vorstellen anhand dieser Geschwindigkeitskurve. Wir haben also hier unsere Geschwindigkeitskurve von vorher. Und wenn man nachvollziehen möchte, welchen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Strecke gibt, muss man die Fläche unter der Kurve genauer anschauen. Also, ich habe hier bei dieser Fläche zwischen Kurve und X-Achse sozusagen grob gesehen eine Flächeneinheit rausgeschnitten. Wobei, wie ihr bereits schon wisst aus der Aufgabenstellung, auf der Zeitachse bedeutet eine Einheit eine Sekunde. Und in Y-Richtung bedeutet eine Einheit die Geschwindigkeit, also ein Meter pro Sekunde. Und wenn wir jetzt diese rote Fläche mit der Formel ausrechnen, also hier an der Seite, das ist ja ein Quadrat oder ein Rechteck, wie auch immer, und da kann man einfach Länge mal Breite rechnen. Also, die Länge ist eine Sekunde und die Breite ist ein Meter pro Sekunde. Dann solltet ihr ganz einfach gerne, dass sich die Sekunden hier weggürzen. 1 mal 1 ergibt 1 und die Endeinheit ist natürlich Meter. Und auf diese Art und Weise, also mit Hilfe dieser Fläche, gibt man einen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Strecke. Jetzt brauchen wir natürlich für unsere Berechnung nicht nur dieses Kästchen, sondern wir brauchen die gesamte Fläche unter der Kurve. Deshalb können wir ja sagen, die Strecke ist dann das Integral von 0 bis 10 von dieser Funktion V von t dt. Und zur Erinnerung, das haben wir ja vorher bei der Teilaufgabe b für den Mittelwert schon ausgerechnet. Und das waren ungefähr 185,2. Wenn wir jetzt nur das Integral haben, ohne es zu mitteln, sind es natürlich Meter. Und das wäre dann auch die Antwort auf die Teilaufgabe 10. Das Auto ist in diesen 10 Sekunden ungefähr 185,2 Meter weit gefahren. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch weiterhelfen könnten. Natürlich ist es wichtig, in diesem Zusammenhang in der Lage zu sein, Stammfunktionen zu bilden, auch Flächen zu berechnen mit Hilfe von Integralen beziehungsweise uneigentliche Integralen, Rotationskörper um die X- und Y-Achse oder Rotationskörper zwischen zwei Funktionen. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.